Seid gegrüßt, meine Lieben, zu einem Feiertagsspecial, habe ich euch ja versprochen. Ich bin aber auch heute super motiviert, muss ich dazu sagen, weil gestern habe ich mich wahnsinnig gefreut. Der Sonntagsvlog ist unwahrscheinlich gut geklickt worden. Auch kommentarmäßig, absoluter Wahnsinn, kann ich mir gar nicht erklären, warum auf einmal, meine Lieben. Könnt ihr doch immer machen. Ich werde die auch alle heute noch beantworten. Ich hatte gestern keine Zeit, ich war gestern unterwegs. Ich werde die auch heute noch beantworten und da waren auch so einige Fragen dabei. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute mal so ein kleines Feiertagsspecial, damit ihr auch auf dem Feiertag noch was zu gucken bekommt. Und ja, es geht ums SBS Reef, weil da, wie gesagt, gestern so einige noch in den Kommentaren auch geschrieben hatten, hey, ich habe das Gleiche, was kann es sein und, 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 was machst du dagegen? Und ja, was soll ich sagen? Also bei mir war heute Morgen, wir gucken direkt mal rein, das war heute Morgen der Stand. Also, so habe ich das heute Morgen vorgefunden. Ihr seht, hier ist jetzt unten noch ein ganz kleines bisschen, aber das wird jetzt hell. Ja, die war ja hier am meisten betroffen, aber ihr seht auch jetzt schon, glaube ich, hier ist jetzt auch viel, viel mehr Strömung. Ja, ich hatte jetzt ja hinten die Pantherreihe da hinten reingesetzt. So, die Rückwand hatte ich noch extra gelassen. Nicht wundern hier für die Seeegel und Schnecken, damit die noch ein bisschen Algen haben, weil ansonsten haben die alles sauber. Ja, da ist ja Mrs. Garnele, sehe ich gerade. Sehr gut. Ja, ansonsten, hier die besagten Stellen, die ja auch immer waren, gehen auch zurück. Ihr seht, da vorne auf der Spitze ist noch ein ganz kleines bisschen. Also, es ist heute wirklich, seit heute Morgen, wo das Licht anging, war das alles gut gewesen. Und hat sich jetzt auch im Laufe des Tages nicht verschlechtert. Ja, also es ist nicht wieder irgendwie mehr geworden oder so. Das ist alles dabei geblieben. Na, ihr seht auch hier vorne alles. Das sieht eigentlich alles jetzt wieder sehr, sehr gut aus. Bin ich auch froh drum, dass das so schnell funktioniert hat. Ja. Ja, Freunde, wie ihr sehen konntet, alles war heute Morgen weg. Das war jetzt gerade aktuell, das Video. Das heißt, heute Morgen sah es auch schon so aus. Es hat sich tatsächlich über den Tag nichts mehr verändert. Es ist also nichts mehr dazugekommen. Einzigste was, ich hatte heute dann nochmal heute Morgen schon mal durchgemessen. So, mal gucken, was hat man denn? So, auffällig war, ich hatte heute Morgen eine KH von 8,5. Normal fährt das Becken immer 7,5. War auch immer auf dem Punkt relativ genau. Ihr wisst, 7,4, 7,5. Ein Kalzium hatte ich im Prinzip von 430. Dann hatte ich ein Magnesium von 1210 gehabt. Eine PO4 0,03 und eine NO3 von 3. So, das heißt, der KH ist komischerweise gestiegen. Heißt, die Korallen haben den Verbrauch eingestellt. Ja. Also, die Korallen haben jetzt gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas war hier im Ungleichgewicht. Und die Korallen haben dann halt entschieden, wir wachsen jetzt erstmal nicht. Und deswegen ist wahrscheinlich der KH auch erhöht worden. Gehe ich jetzt mal von aus. Nährstoffe sind kurioserweise gefallen nochmal. Ihr wisst, der war immer so bei 0,04 und Nitrat von 6. Das hat mich jetzt schon etwas gewundert. Allerdings muss ich dazu sagen, habe ich auch die Strömung jetzt stark erhöht. Ja. Also, ich habe hier die Panthera ja reingemacht und ich habe jetzt hier auch eine vernünftige Strömung. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Auch hier hinten in der letzten Ecke wird jetzt auch jede Koralle wirklich ordentlich angeströmt. Und, ja, und Thema Strömung, ich würde sagen, da kommen wir demnächst in dem Video auch nochmal zu. Da würde ich mir dann nochmal separat den Tim dazu holen. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz gute Talkrunde. Denn die Strömung ist mitunter das Wichtigste zum Licht. Ja, also Licht und Strömung, das ist im Prinzip das Allerwichtigste. Das sind die zwei wichtigsten Motoren in der Meerwasser-Aquaristik. Ausgenommen natürlich die Werte, denn die sollten grundsätzlich immer stimmen. Da müssen wir jetzt mal von ausgehen. Aber die beiden Faktoren wären im Prinzip nochmal, glaube ich, auch ganz interessant. Licht sind ja hier dran. Und dann würde ich ganz gerne noch was zur Strömung machen. Und das wird aber auf jeden Fall noch kommen. Ja, wie gesagt, jetzt waren ja einige von euch da draußen, haben gesagt, Ja, Marc, was hast du denn gemacht? Oder halt uns mal auf dem Laufenden, wenn es weg ist, was du gemacht hast. So, ich gehe jetzt mal von folgendem Problem aus. Das Ding wird gewesen sein, ihr wisst, ich bin auch wegen der Lichtserie mit der AI noch am Hin und Her am Tüfteln, weil das Spektrum mir noch nicht so richtig passt. Jetzt haben wir hier relativ viel rumgemacht, sage ich mal. Hier geht auch ein Gruß an den Patrick raus von Pat's Reef, der ja auch halt total auf AI-Lampen schwört. Ihr wisst, ich habe eine Skepsis, er schwört drauf. So, er ist natürlich da, was mich jetzt betrifft, von den Einstellungen viel, viel weiter. Ja, ich finde es eine ganz geile Sache, dass man im Prinzip so viele Presets bekommt für diese Lampen. Gibt es eine ganze Menge. Allerdings, muss ich dazu sagen, ich habe mir sehr, sehr viele runtergeladen und war sehr erstaunt. Ja, wie soll ich sagen, dass die funktionieren sollen? Ja, also da ist so viel Grün, so viel Rot mit drin, dass ich mir das eigentlich fast gar nicht erklären kann, dass das gut sein soll. Und dass dieses Spektrum auf diesen Becken, die dort abgebildet sind, so gut funktioniert. Wenn ich mir jetzt die Hardcore SPS Reefs aus den USA anschaue, so richtige Vollfreaks oder noch geiler oder noch krasser, die Japaner, die sind dann noch mal eine Nummer härter, was so richtige SPS-Kisten angeht, die fahren grundsätzlich viel, viel mehr ins Blaue rein. Die haben grundsätzlich den UV immer voll hochgezogen, Rot, Grün komplett weg. Und ich denke, wenn ich das einfach mal messe, wie wir es jetzt über die Lichtserie auch machen, komme ich da bei den japanischen Presets auch auf viel, viel höhere Purwerte. Also ich denke schon, dass die auch den richtigen Weg gehen. Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, noch rumgespielt, hatten hier so ein paar Presets ausprobiert. Und unter anderem muss irgendwo beim Überladen ein Fehler passiert sein. Das heißt, der Pad hatte mir ein Preset fertig gemacht, was er selber auch so nutzt. Das hatte er mir dann noch mal modifiziert, auf die Hydra halt eben speziell, obwohl ihr könnt ja die Presets an sich, könnt ihr in alle Lampen reinladen bei AI. So, und irgendwie muss beim Überladen irgendwas passiert sein oder habe auch vielleicht ich in der App mich verklickt. Wie gesagt, da will ich jetzt überhaupt gar keinem Menschen irgendeine Schuldzuweisung geben. Jedenfalls haben wir dann im Nachhinein jetzt festgestellt, dass meine Lichtintensität viel zu hoch war. Ja, wir hatten die Lampe also fast am Maximum laufen gehabt, ihre maximale Wattzahl. Und das war halt zu viel. Und ich habe das scheinbar nicht bemerkt. Und ich habe dann, und das fing schon an, muss ich dazu sagen, so vor zwei Wochen, glaube ich, hatte ich mir im Pad noch geschrieben. Und zwar haben die Muscheln angefangen. Die Muscheln haben kleine Fäden rausgelassen. Bei den kleinen Fäden, die braunen Fäden, die die Muscheln aus ihrem Siphon rauslassen, weiß ich ja wieder, was das heißt. Und zwar gehen die dort über diesen Siphon, können die sozusagen Tellen abgeben. Das heißt, wenn die Muscheln zu viel Licht bekommen, dann gehen die natürlich hin und stoßen sozusagen Tellen ab, weil sie ja im Prinzip weniger benötigen. Ja, versteht ihr? Hier, ist ja eine ganz klare Sache. Ich erkläre das immer noch so ein bisschen für die Anfänger jetzt, die jetzt hier zuschauen. So, und die regulieren das im Prinzip über den Ausstoß von Zuzantellen. Und das hatte ich schon so vor 14 Tagen beobachtet. Da hatte ich schon gesehen, dass die im Grunde genommen Zuzantellen abwerfen. Damit hat das Spiel angefangen. So, das war aber immer noch, wie gesagt, bei einer Muschel bei einer zu sehen. Dann war es mal die Gigas, dann war es die Derasa, dann war es mal die Squamosa. Ja, das schwankte immer hin und her. So, denn, weil ihr dürft ja auch nicht vergessen, so eine Muschel hat ja im Verhältnis zu einer Koralle auch eine riesengroße Fläche. Ja, also wenn ich mir die Squamosa angucke, die ist so groß. Jetzt müsst ihr euch diesen Mantellappen voller Zuzantellen vorstellen, was die an Energie umsetzen kann. Es ist auch eine große Muschel, keine Frage. Ja, aber wie gesagt, die scheiden das dann aus. So begann das ganze Ding. Und dann hatte ich es gesehen an zwei weiteren Korallen. Da hingen dann auch immer die Fäden dran, wobei man da immer schlecht ausmachen kann. Hat jetzt die Koralle das ausgestoßen, die Zuzantellen? Oder sind einfach nur diese Fäden hängen geblieben? So, diese Zuzantellen, die die ausstoßen, sind letzten Endes auch Dinos. Ja, es sind Dino-Flagelaten, wenn man es so sieht. Ja, es sind ausgestoßene Zuzantellen. So, die sich natürlich im Freiwasser aufhalten können, weil die Korallen nehmen die ja auch auf, diese Algenart. Ja, indem sie Zuzantellen einlagern wollen, nehmen sie diese Korallen im Grunde genommen aus dem Freiwasser auf. Das ist meistens mal eine spezielle Art. Und das ist im Grunde auch die Dinos sozusagen. Ja, also die Geschichte ist letzten Endes dasselbe. Schrieben mir heute auch noch so ein paar Leute. Ja, das ist das Gleiche. Ja, es ist im Grunde das Gleiche. Es war jetzt bei mir nur fraglich, Dino-Flagelaten könnt ihr euch, wie gesagt, rein theoretisch durch Ableger, die ihr dazu kauft, ins Becken reinholen. Das kann auch so auf diesem Wege passieren. Oder es passiert halt bei einem erhöhten Zuzantellen-Ausstoß, dann habt ihr dasselbe Problem. Dino-Flagelaten. Ja, so. Und dann bin ich halt hingegangen. Wir haben jetzt als erstes das Licht zurückgenommen. Man sollte bei diesem Problem, wenn es denn dann Dino-Flagelaten sind, wir gucken mal, ob ich euch das mal zeigen kann. Ich habe mir auch gestern ein Mikroskop bestellt. Ja. Weil schrieben auch so einige, ja, das sollte man auch haben. Jeder Mehrwass-Aquarianer sollte das haben. Ja. Stimme ich zu, weil es ist halt eine gute Sache. Ihr könnt halt wirklich da euch ja, Probleme anschauen. Sind es zu Janus? Weil es sind ja immer verschiedene Lösungswege, die ihr habt. Je nachdem, was ihr für ein Problem habt, müsst ihr einen anderen Lösungsweg wählen. Und das ist halt die Geschichte, da dann zu wissen, um was es sich handelt. Da machen wir vielleicht auch nochmal eine schöne Folge draus. Deswegen, ich habe mir jetzt auch ein Mikroskop bestellt. Ich gehe davon aus, dass es morgen schon kommen wird. Wir haben ja noch so ein paar einzelne kleine Minifäden noch im Becken drin. Haben wir ja schon gesehen gehabt. Ich hoffe, dass ich mir da dann nochmal den einen oder anderen raussaugen kann, mir das angucke. Und da mache ich euch dann nochmal ein Video separat draus. Ich glaube, das wird auch eine ganz interessante Geschichte. Und diese Mikroskope kosten auch nicht die Welt. Ich habe jetzt eins geholt mit 1600-facher Vergrößerung. Ich denke mal, da sollten wir eigentlich mit auskommen. Und das Ding hat gekostet, ich glaube, 40 Euro. Ja. Also, das ist absolut nicht der Rede wert. Man braucht auch kein High-End-Gerät. Wie auch immer. Also, wir haben die Lichtintensität gesenkt. Wir haben nochmal etwas weiß über der Tageslichtphase rausgenommen, weil mir halt in den vergangenen Tagen aufgefallen ist, dass es morgens eigentlich recht gut war. Abends auch recht gut war. Also, ihr müsst immer überlegen, bei mir geht das Becken gegen 20 Uhr in die Blaufase rein. und ab der Blaufase, also ab 20 Uhr, war es dann auch wieder gut. Das heißt, entstanden sind die Dinger über die Tageslichtphase. Ich fahre, weil das ein SPS-Becken ist, auch sechs Stunden am Tag eine Tageslichtphase. Ja, wo wir also wesentlich heller, wir sind schön bläulich. Das ist jetzt noch die Tageslichtphase. Das ist jetzt gar nicht, das kommt auf der Kamera nicht so gut rüber, aber ich blende euch ja die ganze Zeit immer Bilder drüber. Das sieht eigentlich schon ganz, ganz gut aus. So weislastig ist das jetzt nicht. Aber diese Phase haben wir, wie gesagt, auch nochmal gesenkt. Und ich habe jetzt zusätzlich, wie gesagt, ihr könnt da gerne eine UVC einsetzen, nur ihr wisst, eine UVC, also ein UVC-Klärer, ist immer so eine Geschichte, wenn ich den anschließe, braucht der meistens drei bis vier Tage, bis der greift. Ja, das heißt, wenn, dann sollte man eine UVC permanent laufen lassen, ja, damit die halt immer aktiv ist. Ansonsten, für ein schnelles Problem bringt die nichts. Ja, deswegen habe ich in dem Fall ein Ozongerät jetzt hier angewandt. Ich habe also gestern, gestern Morgen, habe ich das Ozongerät hier angeschlossen und habe halt über den Abschäumer gearbeitet mit Ozon. So, weil Ozon hat den Vorteil, macht im Grunde dasselbe wie eine UVC, aber es ist halt viel, viel schneller, ja, also Ozon reagiert sofort. Da habt ihr sofort einen Effekt, ja, also es geht viel, viel schneller wie eine UVC. Deswegen habe ich das in meinem Fall so gemacht und, ja, was soll ich sagen, ihr habt es gerade gesehen oder ich blende auch nochmal drüber hier, ihr seht, es hat funktioniert. Ja, das war also definitiv der Fall und das war auch das einzigste, wie gesagt, was ich verändert hatte. Ich hatte, wie gesagt, nur die Ableger reingemacht beziehungsweise haben wir an der Beleuchtung rumgespielt. Und das war wahrscheinlich der Fall gewesen. Die Beleuchtung war dann halt zu heftig gewesen und dadurch sind die Probleme entstanden und sicherlich, ja, da war es dann eine Verknüpfung mehrerer Probleme. Wie gesagt, ich vermute halt eben tatsächlich die Muscheln, die auch hier teilweise recht groß sind, wie die Squamosa, ein 15 cm Tier, also das ist so eine Muschel, die wird schon ganz ordentlich sozusagen ausgegeben haben, vermute ich einfach mal. Da werden wir jetzt mal gucken, wie es weiterhin läuft. Wie gesagt, ich war seit heute Morgen sehr begeistert, dass es weg war, weil das kann natürlich auch ein relativ langwieriges Problem werden. Einige schrieben auch in den Kommentaren, ich habe das seit drei, vier Wochen, seit Monaten und kriege es halt nicht weg. Also wie gesagt, da geht der Tipp an euch raus, versucht mal, wie gesagt, eure Beleuchtung, die Stärke der Beleuchtung runterzusetzen. Wenn euer Spektrum zuvor immer gepasst hat, dann kann das ja jetzt erstmal nicht verkehrt sein. Ich meine, es kann auch sein, dass euer Spektrum gänzlich verkehrt ist, dass ihr zu viel Rot drin habt, zu viel Grün. Das mag jetzt auch noch dazukommen, aber ich würde einfach die Intensität senken. Dadurch nehmt ihr denen halt die Energie, die können dann nicht so viel Energie umwandeln. Ja, wie gesagt, Strömung erhöhen ist auch halt ein wichtiges Thema, war bei mir mit Sicherheit auch so ein Problem, weil überwiegend war das Problem ja in der Ecke hier vorne. Ja, es war im letzten Endes, wie gesagt, die Hysterix, die als letzte sitzt, da hatte ich euch ja gesagt, da kommt fast gar keine Strömung, habt ihr ja im Sonntagsvlog gesehen, da kam ja fast nichts mehr an Strömung an. Und hier vorne fing das halt massiv an. Und das waren genau die Stellen, die auch in diesem Becken hier am schlechtesten durchströmt sind. Deswegen, Strömung ist mit Sicherheit auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. und hat bei mir jetzt wahrscheinlich auch dazu geführt, dass jetzt halt auch wie gesagt der Nährstoffgehalt gesunken ist, weil halt mehr Nährstoffe aufgenommen wurden, weil ja auch die Strömung ist ja, ihr müsst euch das so vorstellen, die Strömung ist ja der Transport der Nährstoffe. Ja, das ist ja die Autobahn, die Wasserbahn, ja, wo das immer hin und her zwischen die Korallen gespült wird und sich die Korallen da die Nährstoffe rausziehen können. Und habe ich zu wenig Strömung, habe ich auch keine Nährstoffaufnahme und das ist halt eben ein Problem. Aber ich würde sagen, da macht man vielleicht wie gesagt gerne nochmal ein separates Video, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr habt es gestern schon so geil hinbekommen, ihr könnt mir auch heute gerne die Kommentare fluten. Wie gesagt, jetzt nach dem Video setze ich mich hin und beantworte eure Kommentare von gestern alle. Ich habe schon angefangen teilweise, aber ich werde den Rest auch noch durchgehen, weil, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr da so stark interagiert habt, ja, weil sowas wünscht man sich einfach als Creator, ja, dass da auch halt ein Feedback kommt. Und das habt ihr richtig geil gemacht, da bin ich echt stolz auf euch, kriegt auch zwei Daumen von mir drauf, hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja, haut es mir in die Kommentare, wenn ihr dazu gerne noch ein Video haben möchtet, dann würden wir das gerne nochmal machen. Wie gesagt, am Wochenende haben wir die Firma Panterei nochmal hier und der Live schaltet zum Chef von Panterei, wir werden hier die Panterei in den Becken einstellen. Ich werde mir das mal angucken, weil da waren auch einige, die sagten, die Pumpe ist viel zu groß und ach, das wird nichts und die hat da keine Strömung. Ja, ist richtig, die Pumpe kann hier natürlich nicht wirklich ihre volle Leistung entfalten. Das ist halt das Problem, weil das Becken alles zu kurz ist. Aber trotzdem, ich habe vorhin nochmal, bevor ihr seht ja auch nichts mehr dran, den Filter habe ich auch schon alles schon wieder abgebaut, habe ich hier nochmal alles schön durchgequirlt und da habe ich auch schön sehen können, wie das Strömungsbild jetzt läuft. Ja, die läuft jetzt im Prinzip vorne auf die Ecke, da seht ihr, dass die pumpt ja auch nach vorne ein bisschen hoch, dann verteilt sie das und dreht sich hier nach unten und hebt hier alles an im Prinzip. Also die unterströmt das hier und aus der Mitte kommt sie auch nochmal. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, der Kai muss mir das nur am Wochenende dann auch dementsprechend einstellen, da seid ihr ja dann auch live dabei, weil da gibt es auch ein paar neue Änderungen. Bei der Firma Pantherai gibt es, ja ich will jetzt sagen keine Neuheiten, aber eine ziemlich geile Sache, ihr könnt euch da ein Bauteil sparen jetzt. Wir werden es mal einstellen, ansonsten war ich ja auch wie gesagt mit der Nero 3 sehr zufrieden, weil die auch eine sehr schöne breite Strömung macht. Da werde ich mal gucken, je nachdem wie wir das hier einstellen, werde ich auch eventuell wieder halt die Nero 3 reinmachen, allerdings zwei dann. Dann werde ich links und rechtseitig eine setzen, um halt definitiv mehr Strömung zu bekommen. Weil das ist auf jeden Fall super, super wichtig, ist mir auch schon direkt aufgefallen, relativ früh, dass die Strömung ja, ich sag mal, nicht so wirklich bis in jede letzte Ecke kommt. muss man einfach ganz ehrlich sein. Ist aber auch immer schwer, so ein Becken zu beströmen, weil ganz ehrlich, ich möchte die Pumpen versteckt haben, so wie ihr es jetzt hier seht, die sitzt dahinter, die sieht man nicht, die Nero hat man auch nicht direkt gesehen, weil sie halt schwarz auf schwarz auf der Rückwand ist und das gefällt mir halt besser und eine Pumpe hier an die Seite dran zu machen oder hier vorne wäre für mich jetzt ein No-Go, weil es einfach optisch nicht schön aussieht. Das wäre halt so eine Geschichte. Ja, Freunde, das soll es auch schon gewesen sein mit dem kleinen Feiertagsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann haut es mir, wie gesagt, in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen rauf, da wer es mag und ich würde sagen, wir sehen uns im Laufe der Woche im nächsten Video, Lichtserie T5, sage ich nur. Freunde, ich bin raus, habt noch einen netten Rest, Montag, Feiertags-Montag, und morgen geht die Arbeit wieder los, aber wir sehen uns im Laufe der Woche mit dem nächsten Video. Ich bin raus, euer Marc, bis dahin, danke fürs Zuschauen, ciao, ciao. Mal. . . . Bis zum nächsten Mal.